Oh ja, sind wir schon soweit. Ja, wohin? Ha? Okay. Das könnte jetzt schwierig werden. Ah, da brauche ich auch nicht mehr nachlaufen. Was, da gibt es Zombies? Ach, da kriegst die Zombies nicht tot, folks. Ach so, okay, gut. Ah, ah! Gib mir doch jetzt die Waffe, alter! Alter, das gibt doch nicht wieviel kommen da jetzt noch. Schütz mich mal, ich muss mir ein Medikit geben. Wir haben genau noch vier Schüsse, alter. Ja, da sind Gegner, alter. Zwei Stück auf der anderen Seite. Ist auch tot. Niemand weiß. Niemand weiß. Niemand weiß. Niemand weiß. Ja, sowieso ist sie nicht, ne? Naja. Okay. Niemand weiß. Niemand weiß. Niemand weiß. Hist immer das nicht. Ups! Niemand weiß. Oh, mein aufhann. whoρ Die Missionsruher läuft. Felshofer am Bahnhof ja dann nochmal eine ich gehe hier zu den drei Häusern ok wenigstens meine Waffe keine Ahnung Alter keine Ahnung Lagebericht möglicher Kollaps entdeckt es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen ich habe Quad ich kann dich holen ich bin da direkt vor uns nicht ins Wasser dumm Kopf Alter eine habe eine 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 Ok, ah... Ich bin mal herrückter. Oh. 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 Danke. ICA. Vorsicht Quad irgendwo. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Alle Mann in Sicherheit. Ok. Speak for now. And you will see me at the ship. I want to see you. So. Okay. So, ich habe einen Moment geholfen. Das war eng, oder? 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 Ja, drüben links von uns wird geballert 157, da wieder im blauen Gebäude Gehen wir noch hier rüber Rechts von uns Ja, hier kommt ein Quad Hier bei mir liegt noch eine IC auf, fast eine Einerisch Und noch ein Holo-Visier liegt hier, und hier liegt noch ein x2-Sucher Ah, ja, müssen wir Da steht auf jeden Fall der Truck Pass auf nicht, dass der dahinter nur auf der Ladeplattform liegt vor dem Truck Boah Was? Was? Kreiskollaps droht, in Sicherheit begeben Achtung, Vorräte im Anflug Da sind zwei hier bei mir auf dem Dach Sind zwei hier bei mir auf dem Dach Einen habe ich Einen habe ich Ja, bloß von links oder von rechts kommt auch noch mal welche Ich habe den anderen auch Ja, okay, wir müssen, die Zone kommt Ah, da nehme ich noch die Verbände mit Ah, da nehme ich noch die Verbände mit Ah, jetzt wäre noch eine Panzerung ganz gut Da oben läuft einer, Weste 260, zu dem blauen Zaun hier bei mir Da, wo ich jetzt hinlaufe Bei dem blauen Zaun Weiterer Kollaps erwartet, begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone Alter, haben wir es nice erwischt, man Rein theoretisch können wir hier chillen, hier haben wir hinter uns alles im Blick Ich gehe nochmal da rein und gucke, ob ich ein Ding finde Eine Panzerung Wird dir auch gut tun, deine ist auch fast kaputt Über deinem Leben, der weiße Balken, da ist ja bloß noch ganz minimal Nein Wo? Nice Also hier ist keine Wächte Lagebericht Kreiskollaps droht in Sicherheit begeben Vorratslieferung unterwegs Ja, ist eine neue Rüstung gefunden, ja Schön Da ist einer auf dem Dach hinter dir, hinter dir Da ist einer auf dem Dach hinter dir, hinter dir Ich habe ihn gehintet Da ist das der hat hier sein kollege geholt oder wollten holen wo ist ein steinalter die 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 Ich schreibe. Oha! Alter! Ja Mann. Ja, da hinten, hinterm Baum, Norde 7. Paschen! Hab ihn! Alter, ich brauch Munition, ich hab keine Munition mehr, Mann. Ich hab kaum noch Munition, Alter. Ah, ich hab was gefunden. Was brauchst du von Munition? Ich brauch 5,5. Ja, 5,56. Ah, wobei ich nehm einfach hier die KN. Ja Mann, die hat noch 135 Schuss. Und ich hab ein Sniper-Visier, Mann. Woher? Du bist der Letzte. Bring die Mission zu Ende. Achtung! Vorräte im Anflug! Ja. 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 Aber ich brauche eine Panzerung. Ohne Panzerung habe ich verloren. Achtung! Weiterer Kollaps erwarten! Ja man! Such die Sicherheitszone auf! Ja man! Wieviel lebe noch? Ja ich habe jetzt voll und Stufe 3 Panzerung. Habe ich auch noch 2 Stück. Was bringt die? Ah ok. Ah fuck ich muss alter. Die Zone fickt mich sonst schon auf. Ja ich habe jetzt noch 2 Stück. Ja. 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 Die zuerst den Ausgaben Bye. Ah ne, ich hab believe ich bloß Medi Kids. wenns blöd läuft ist das halt jetzt noch so gut. im Zweierteam, ja. Ja, Zweierteam. Da gehst du klar, Alter. Alter. Der kann um die Ecke schießen, Alter. Ja, Mann, ich glaube, er hat sechs oder sieben Körs, Mann.